Alexander Armut Kilde hat seinen ersten Sieg auf der Streif gefeiert. Der Norweger verwies in der Freitagabfahrt bei seinem bereits sechsten Saisonsieg die Franzosen Johann Claret und Blaise Giesentaner auf die weiteren Ränge. Letzterer hatte mit Startnummer 43 nach ÖSV-Ass Matthias Mayer vom Podest gestoßen. Im verkürzten Rennen mit Start ab der Mausefalle landete vor 1000 Zuschauern Daniel Hemmetsberger an der 10. Stelle. Kilde konnte sich bei der neu gesteckten Passage am Hausberg leisten, die Linien nicht optimal erwischt zu haben, hatte er doch bei der vierten Zwischenzeit bereits 1,24 Sekunden Vorsprung auf den zu diesem Zeitpunkt noch führenden Mayer. Letztlich blieben dem Skandinavier im Ziel immer noch knapp sieben Zehntel Guthaben. Im Vorjahr noch verpasste Kilde die Hanenkamm-Rennen, nachdem er kurz vorher einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Unglaublich, also ich wusste ja das nicht. Die Nummer 7 von Mayer war keine optimale, wie er selbst sagte. Man habe das halt nicht gewusst, wie das Wetter werden würde. Von der Seidelalm runter habe er aber eine Top-Fahrt gehabt, stellte Mayer trotzdem fest. Den dritten Platz wollte er lange nicht glauben, womit er am Ende auch Recht behalten sollte, hatte er aber eher noch mit den Kanadiern gerechnet. Erneut als Vorläufer im Einsatz war Marcel Hirscher, der das super cool fand. Die Streif zu fahren sei immer der Traum gewesen, zu aktiven Zeiten aber nicht möglich gewesen. Ein Novum waren auch die Drohnenbilder ab dem Lerchenschuss, die für spektakuläre Bilder sorgten. Es war am Freitag das fünfte Mal in diesem Jahrzehnt, dass der Abfahrtsieger nicht über die Originalstrecke ermittelt wurde. Gestartet wurde ab der Mausefalle. Für Sonntag ist eine weitere Abfahrt in Kitzbühel geplant. Hoffentlich von ganz oben, auf der Originalstrecke und vielleicht mit einem österreichischen Sieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017